Was ist hier los? Wir haben eine Freie-Ski-Freistunden hintereinander. Hallo! Überraschung! Ihr seht ja wieder aus wie Sau. Ich möchte, dass die Kinder ins Internat gehen. Internat? Du bist Ding und ich bin Jan. Willkommen auf Lindenhof. Besser hättet ihr es nicht treffen können. Oh, 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 oh. Will man aus einem Gefängnis wie Lindenhof entkommen? Bedarf es einer außerordentlich guten Vorgehensweise. Wir benehmen uns einfach so schlecht wie möglich. Gefeuert nach drei Wochen. Versprochen. Klebestreifen. Zack, zack, zack. Was ist denn los? Du bewegst dich wie meine Oma, Mensch. Hallo! Ihr zwei, mitkommen. Bis zum Ende der Probezeit werdet ihr beiden hierbleiben. Daran gibt es nichts zu rütteln. Es ist okay, wenn es dir ihr gefällt. Ich wollte alles kaputt machen. Aber jetzt nicht mehr. Wir werden Spaß haben. Wette gilt. Wie ist der Plan? So mag ich dich, Sumi. Wir sind näher, 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 näher als beste Freunde. So viel näher, näher, näher als beste Freunde. Ihr zwei seid eine echte Herausforderung. Wir springen gemeinsam über Säune. Eine für alle. Und eine für Dinko. Manche Dinge muss man alleine machen. Donde-Ura-Range. Gangster-Mücke. Dinko. 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 Vielen Dank.